Wir Selbstständigen, wir sind extrem viele und unsere Stimme sollte endlich mal gehört werden. Ich meine, man kann sich aufregen darüber, dass nur die Großkonzerne und die Großen befragt werden. Mir reicht das nicht, ich will auch dabei sein. Dass du denkst, boah, das ist gar nicht so wichtig, aber das stimmt nicht. Der IFO-Index ist der wichtigste deutsche Wirtschaftsindex. Wenn du Tagesschau guckst, dann wirst du den kennen, der Spiegel, der Stern, die FAZ, das Handelsblatt. Wir sind damit überall, das heißt in aller Munde. Jetzt ist die Zeit, wo wir als Selbstständige endlich gehört werden können. Also los geht's. Daher registrier dich beim IFO-Institut, du bekommst einmal monatlich eine E-Mail und hast die Möglichkeit, deine Stimme abzugeben. Also das ist total simpel. Es ist ein Klick. Je mehr dabei sind, umso besser. Und desto mehr profitieren wir alle davon. Denn wir sind viele. Also ich habe mich schon angemeldet und jetzt seid ihr dran. Hilf uns dabei, sichtbar zu werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017